Sunlight Marathon. Normalerweise sind die rot. Und jetzt ist die große Frage, das ist jetzt keine Adventure Edition und er ist trotzdem grau. Genau, das ist das Modelljahreswechsel zum 24er. Einiges haben diese einen gemacht, das sehen wir uns gleich mal von innen an. Ja, wir haben eine neue Person, mit der werden wir gleich drehen. Das ist Salih. Ich hab dich schon mal vorgestellt. Salih, um das so zu sagen. Wie ist dein Nachname? Mein Nachname ist Yazaroglu. Aber ich bin der Salih für euch. Der Salih für euch. Nochmal der Nachname. Yazaroglu. Es ist total einfach. Du sagst nämlich immer am Telefon, ich bin der Salih. Weil die Leute, Dieter Müller klingt nicht so schön. Ja, Salih Müller hätte ich mir auch gewünscht, aber hat nicht so funktioniert. Saugeil. Ja, du bist hier zuständig auch für den Vertrieb. Ihr seid insgesamt, wie viele Leute seid ihr im Verkauf? Jetzt müsste ich mal zählen. Wir sind sechs insgesamt. Den kompletten Film kostenlos jetzt sehen? Jetzt auf German Television und klicke einfach auf den Link in der Videobeschreibung.